Supermodel Heidi Klum hat alles erreicht, was ein Model erreichen kann. Die 44-Jährige ziert etliche Male das Cover der Sports Illustrated, jahrelang läuft sie für Victoria's Secret und macht sich dazu noch einen Namen mit verschiedenen TV-Formaten. Wer glaubt, Heidi sei eitel, der irrt. Die hübsche Deutsche scheint sich in ihrer Haut so wohl zu fühlen, dass die vierfache Mutter sich auch ungeschminkt in der Öffentlichkeit zeigt. Jetzt postet das Model ein Video auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist zu sehen, wie die Germany's Next Topmodel-Moderatorin von ihren Stylisten zurechtgemacht wird. Dazu schreibt die Designerin, fertig machen für einen weiteren unglaublichen Abend. Im Zeitraffer fasst Klum das Prozedere zusammen, vom ersten Pinselstrich bis hin zum perfekten Style.